Das Herbstfest In unserer Stadt gibt es jedes Jahr ein Herbstfest. Es gibt viele Stände mit Essen, Handwerk und Spielen. Die Blätter sind bunt und die Luft riecht nach Kürbis und Zimt. Kinder verkleiden sich und sammeln Süßigkeiten. Ich liebe es, Apfelkuchen zu essen und den Menschen beim Tanzen zuzusehen. Es ist eine wunderbare Jahreszeit. Untertitelung des ZDF, 2020